So Leute, ich wollte mich für euch hübsch machen, ich habe es aber nicht mehr rechtzeitig geschafft und das mache ich jetzt live on cam. Ich verbiete mir jede Art von, äh, ich verbiete mir jede Art von irgendwelchen komischen Kommentaren. Die Frage ist, wieso hast du Klopapier neben deinem Schreibtisch? Den habe ich da gerade hingelegt, weil ich auch da die Fondal, habe ich gerade auch von Toilette geholt. So. Wann wird der Bunker weitergebaut? Elias, der Bunker wird weitergebaut, sobald es draußen trocken ist und jetzt kommt es über 5 Grad haben kontinuierlich, weil wir müssen diesen blöden Block abdichten und dann zubuddeln. Ich habe schon ein Inventar gekauft, ich habe wirklich schon ein Inventar gekauft und bestellt. Ich wollte mich gerade schminken. Falls ich etwas falsch machen sollte, sagt mir Bescheid. Das ist doch Concealer. Ach ja, was ist das? Oh, steht doch drauf. Das ist Rouge. Ne, da steht Concealer tatsächlich. Wer war das, wer hat das geschrieben? Snussel, Snussel. Woher weiß du Snussel, Snussel von der Entfernung, dass das Concealer ist? Jetzt wollte ich mich ein bisschen hübsch machen für euch. Darf ich jetzt loslegen? Ich mache jetzt, ich klicke jetzt los. Wann machst du mal was Schönes mit Fritz? Ja, vielleicht sogar schon morgen. Das wissen wir aber noch nicht. Ich muss jetzt gucken, ob alles klappt mit meinem Flug und so weiter. Ich fliege morgen zu Fritz. Ich fliege morgen zu Fritz. Ich möchte eine Nacht, bevor er da abhaut, in seinem Baumhaus pennen. Ich mache ein Video. Ich habe mir auch schon ein paar Ideen. Lassen wir wieder komplett eskalieren. Und vielleicht machen wir mal was Schönes. Fritz, überleg dir mal was Schönes. Ich meine, er weiß ja, was da los ist. Bist du doch so schon hübsch genug? Oh. Oh. Halte ich für eine Lüge. Das geht dir doch mal an, was ich die vier rote Punkte überall habe. Das kriegen wir jetzt weg. Ich mache einfach mal, wie ich denke, ja? Achso, warte mal. X is any. Oh, oh, oh. Stay one me. Aber Hachi, mein Bruder. Oh. Große Feder auf Weg zum Himmel. So. Wir können eine Runde Tic-Tac-Toe spielen, wie das heißt. Aber Spiegelverkehrt ist immer ein bisschen schwierig. Lass doch ja Schiff versenken machen. Nee, ihr... Oder Schaff. X is O. Er kann aber Spiegelverkehrt nicht. Soll ich dir draufzeichnen? Ja, zeichne mal. Okay. Wir durften es aber nicht trocknen lassen. Wir müssen gleich verreimen. Weilen wir uns. Yeah, danke. Mal sehen wir das Spiel. Was machst du jetzt? Wir wollten doch nur... Naja, so hier. Achso, machen wir vier Wind. Nee. Nein, hier ist ein X. Alter, ich nehme mir eine Mitte. Hier oder was? Ja. Mach. Brauch einen neuen Stoff. Schieb einfach richtig rein. Ich wollte mir aber einfach schon mal anfangen. Du kannst ja auch weitermachen. Ich mach hier. Ja, aber du darfst dich so runzeln und runzeln. Ich runzle ja auch nicht. Hier ist ein X. Oh, klar. Ich hab gewonnen. Wer ist dafür, dass ich gewonnen habe? Hier noch ein X. Na, ich gewonnen. So. Danke. So, ich greif das jetzt so, mir sicht ein bisschen, damit ich... Oh, nee, sieht gut aus. Guck mal. Bisschen fleckig, aber... Das ist wahrscheinlich wie... Ja, danke. Geht nie ab. 20 Euro für den Chef, 20 Euro für Chris und 8 Euro für Maya. Bitte einfach der Beste. Vielen Dank. Freude, Energie, du verteilst. Ein Kind kennt sicher den geilsten Papa. Ja, danke. Dein Kind hat sicher den geilsten... Ja, aber ich glaube, das sieht sie ein bisschen anders. Weil ich bin ja auch ein bisschen anstrengend, Freunde. Ei, ei, ei. Wenn ich das sehe, das ist bestimmt Marlina. Übrigens die Betreuerin der Fanpage. Oha, der Fan... Na, wie macht er das denn sonst? Schreibt doch mal in den Chat, nicht immer nur Meck rein. Du er den Chef 20. für Chris achten, für Maya. Du bist einfach der Beste. Danke. Oh, jetzt geht's. Vielen Dank für die Freude und Energie, die du verteilst. Einer von uns. Ich wollte mir eigentlich so ein bisschen... Was, ein bisschen Lipgloss? Nee, Lippenstifte hat jetzt kein. Das ist nur so ein bisschen... Warte, wie heißt das? Concealer hat mir sagen lassen. Steilste. Ich kann auch so Bratfett auf die Lippen schmieren. Aber ey, komm, ich sehe schon mal richtig... Was? Ich war mal scharf. Wie sehe ich eigentlich aus? Ich sehe aus, als hätte ich irgendwie schlecht geschlafen. Bisschen blass, ne? Bisschen wie so ein Geist. Vielleicht ist das auch nicht mein Hautton. Die kriegen jetzt da so ein bisschen... Ich habe hier auch Feuchtigkeitstücher halt mir sagen lassen. Ich sehe übelst aus, Alter. So. Für alle, die jetzt erst nachgekommen sind. Ich bin nicht unter die Toten gegangen. Aber ich finde es noch zu wenig. Aber die roten Flecken... Guck mal hier, die Narbe können wir wegmachen. Hier, können wir alles nochmal eh mal... Ich wollte ja mal eh mal aussehen, wie richtig geschminkt. Aber dafür reicht das wahrscheinlich ja nicht. Wie trägt man denn das auf? Ja, weiß ich doch nicht. Wir nehmen sowas nicht. Was? Fehlt noch ein Lippenstift? Leute, wie trägt man das auf? Mit den Händen? Wie macht man das? Übst du für Halloween? Entschuldigung? Ich wollte mich hübsch machen für euch. Was hier Halloween? Das ist ja unfair. Aber... Was sagst du denn? Ich ziehe euch jetzt den dicken Leberschaden. Schwierig. Ich weiß nicht. Ich fand es vorher besser. Ja? Mach doch einfach Hälfte, Hälfte und dann entscheiden wir. Okay. Eine Hälfte schminkst du ab und die andere lässt du so. Okay, ich mach die Seite mal runter hier. Die andere lassen mal, wie sie ist. Ah klar. Mit so einem Eischwämmchen. Was ist denn ein Eischwämmchen? Ich kann dir sagen, das ist so ein Schwämmchen, das ist auch ein Ei. Nee. Doch. Ja, aber das ist die Erklärung. So sieht es immer aus. Ach so. Martin, ah. Was denn? Nein, nein, ich spitz. Ich habe mich doch nur versucht. Ich kriege das sowieso nicht ab jetzt hier. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Das ist alle Zeit. Gesicht ist besser abgedichtet als der Po. Aber er hat doch recht. Alter, das sieht aus, als hätte ich einen Lackschaden. Guck doch mal, jetzt ist das hier rot. Wo ich da lang gewischt habe. Ich lasse das so. Es kann nur schlimmer werden. Schlimmer wird es immer. Ule Fu Fiedler schreibt das nicht fürs ganze Gesicht. Na, für was denn sonst? Nur für die Hälfte? Ach, nur für unter die Augen. Aha. Jetzt weiß ich, warum ich so kacke aussehe. Naja, jetzt habe ich halt immer unter die Augen gemacht. Leute, kann man das so stehen lassen? Gut, ich trinke mal einen Schluck Tee. Ja, 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 ja. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich. Er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.